Okay. So, wer wird denn... Wer wird denn Total Movement Promising Commander? Du bist bereits besser, das heißt, du wirst jetzt Stadthalter. Freu dich! Du bist sogar ein besserer Stadthalter als Kusai. Sollte uns das jetzt zu denken geben. Oh, ähm... So. So. Abort schnell! Ja! Und hier bewegen wir noch... Die rein und denn es könnte von der Seeseite plötzlich eine Gondor-Armee rauftun, auftauchen. Und deswegen dürfen wir die nicht ganz schutzlos hier zurücklassen. So, Fernkämpfer... Und lieber... Ach, ist unsere Armee hier wieder so... Nee, das muss reichen, das muss reichen. Gut. Yes. Bei your will. Obwohl, nee, warte mal hier. Wir bauen hier jetzt mal einen Watchtower. So, und hier seht es, also es geht hier auf der Konstruktionsseite. Es kostet 200, ist ziemlich teuer. Ähm... Und es ist auch nicht der gute Ort. Ich glaube... Auf der Insel dürfen wir auch noch Bauern, ne? Bauern. Auf dieser Ort dürfen wir auch noch Bauern, so. Bada-Bups. Wir haben einen Watchtower und dort ist schon der Lord von... Lord von Gondor? Achso, Forlong von Losarajn. Also es ist wahrscheinlich sowas wie unsere Emiere. Ist das jetzt ein Lord von Gondor? Und bald war es ein Lord von Gondor. Und ich habe das vorhin gar nicht richtig gewürdigt. Wir haben Faramir umgebracht und Umrahil. Zwei direkte Verwandte von Denethor. So. Unser guter... Oh, schon wieder ein neuer Assessin. Ja, komm, den bringen wir auch um. Wetten, das klappt jetzt nicht. Was wird das denn? Okay, diesmal nicht durch eine Schlange, sondern durch Feuer. Und es klappt. Sehr gut. Und ja, diesmal hat es geklappt. Diesmal ist er besser geworden. Die Assassination hat geklappt und er ist jetzt Poison-Gift von Nurn. Nahe der See von Nurn gibt es unzählige Pflanzen. Und alle haben ein starkes Gift. Plus eins Assassination, aber er hat immer noch nur drei. Ich denke, dann müsstest du jetzt auch eigentlich vier haben. Ach nee, es ist nicht auf Sabotage... Also nur auf Assassinierung hat er jetzt vier, aber er hat eben nicht allgemein vier, sondern allgemein hat er weiterhin nur drei. Alles klar. Gut, du bleibst hier. Wir gehen jetzt und fragen mal, wie wäre es denn jetzt mit einem Kiesfeier? Ach, jetzt wäre okay. Na gut. Dann möchten wir aber bitte auch... Warum heißen die jetzt hier schon wieder anders? Ach, scheiße. Also Pelagie ist es nicht. Pelagie ist Ost-Le-Be-Lebeni, hieß es. West-Lebeni. Und wir wollen West-Lebeni. Aber welche Stadt ist das denn jetzt? Kalembe-Pinav-Gerim. Nee, so tut mir das leid. So geht das nicht. So geht das nicht. Möchtest du ein Vasall werden? Nein, dafür bist du noch zu stolz. Na gut. Aber wir wollen eure Map-Informations. Ich muss sagen, wir sind nicht konzentriert. Vergiss es. Wir verstehen, dass du dein Reservator bist. Das war ein Wälder Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch für unseren... Alles klar, wir haben noch 400... Äh, 400, sag ich schon. Und wir sind schon in Gondor. Also, das wird... Ähm... Hm, 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 hm. Die Fähre ist wieder da. Warum auch immer sie zwischenzeitlich verschwunden war. Hier sind wir fertig. Die laufen nicht von alleine weiter. Das heißt, wir schicken euch jetzt nach... Barataren, würde ich sagen. Die Sonne setze auf heutige Reise. Wir resten hier bis dawn. Und... Gut, gut. Dann brauchen wir jetzt noch unseren... Oh, unser Agent. Wir haben ja... Ich hab den echt vergessen. Tut mir leid. Und... Unser Diplomat reist weiter... As you will. As you will. Hinterher... As you will. Nach dem Norden. Weiter nach Rünen. As you will. I have come to the end of today's road. Um endlich... Um endlich ein... Eine Allianz zu schmieden. Mit den guten Ostlingen. Finde ich voll cool, dass uns das jetzt gehört. Hahaha. Ist schon geil. So. Die beiden sind unterwegs. Ihr seid doch unterwegs, oder? Ja. Ihr seid unterwegs. Gut. Hier ist alles erledigt. Na denn. Nächste Runde. Die Speermänner kommen an. Und wir sehen uns gleich bei den Truppenbewegungen. Und die Entdecker-Gilde will wieder in Umbau ansässig werden. Das würde ich so gerne akzeptieren. So. Ja, 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 ja. 15, aber diesmal nur 17. Also es nimmt ab. Es nimmt ab. Und jetzt sollte es sich auch erledigt haben. Ja. Na endlich. Low Tax Rate. Gut. Schreinvoll-Mekker brauchen wir eigentlich nicht. Daher erst mal. Äh. Na. Trading Post. Dann. Äh. 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 Na. Da. 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 Ähm. Eine Town Hall. Public Order. Ja. Machen wir. Dann. Crop Rotation. Dann. Minen. Dann Gravel Roads. Dann eine Crane Exchange. Und dann ist voll. Und der Karawanenstopp muss erst mal. Na gut. Dann ähm. Plupp. Und du. Ein Spion. Und ja, Speerkämpfer wären nützlich. Ich würde sagen, du bewegst dich weiter. Denn Hardeman kommt erst mal alleine klar. Die sind da gut zu sprechen. Und. 114 haben wir diesmal nur eingenommen. Aber, ähm. Jetzt sollten ja durch unsere Amokan, sollte er jetzt schön wieder neue Einnahmen generieren. Wir haben den größten Fraktionen. Also Mordo ist echt, äh, busy. Die, 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 die sind richtig fleißig. Die, die sind richtig installiert. Construction Report. Ah. So langsam geht's los. In Gobelang Kalimon wurde jetzt tatsächlich auch mal was gebaut. Man möchte es sich kaum vorstellen. Und. Äh. Jetzt als nächstes kommen dann gleich die Ställe. Und dahinten kommt dann das Communal Farming. Und wir könnten sogar, wenn wir wollten. Aber wir wollen nicht. Nein. Wir wollen, dass endlich das Ausbauen losgeht. Gut. Ja, ihr lauft ja eigentlich automatisch. Aber so. Ihr habt die Armee drauf. Dann ausladen. Hier sind nur so ein paar Einheiten drin. Das heißt, das sollte klappen. Zwei Runden. Und wir begeben uns mal weiter nach hier oben. Und erkunden ein bisschen. Da ist es. Linhir. Linhir heißt die Stadt. Na gut. Und Pelagier. Hm. Welches nehmen wir? Welches nehmen wir? Linhir oder Pelagier? Linhir oder Pelagier? Ähm. Hm. Schreib's doch in die Ko... Nein. Die Sache ist, bis ihr das hier gelesen habt, habe ich eigentlich vor, schon die nächste Session angefangen zu haben. Ich will mich ja bessern. Weil Pelagier, wir sehen hier schon, die haben schon schönere Straßen und mehr Handelsvolumen. Das heißt, das ist eine bessere Stadt. Und andererseits sehen wir hier 80% Dunne Dei, nur 7% Follower von Sauron. Das hier wird schwierig. Also die Umerziehung hier wird schwierig. Hm. Ja. Nicht ganz einfach. Aber ich lehne hier... Hm. Pelagier ist irgendwie... Linhir kriegen wir dann vielleicht noch durch... durch Kiesfeier und darum... Ja. Wir marschieren mal... Wir marschieren mal auf Pelagier. Gut. Dann bin ich auch erstmal, glaube ich, wieder am Ende. Und, äh... Beende dann jetzt gleich mal diese Aufnahme. Warte, wir laufen hier noch weiter nach Norden und schauen, ob wir die Stadt erreichen. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Na dann beende ich mal diese Aufnahme und wir sehen uns bei der nächsten wieder. Auch hier hoffentlich für euch gleich morgen rauskommt. Tschüss.